aber der speichert jetzt schon wieder nicht also muss ich hier wieder tausende sachen löschen auch wenn es da vielleicht nicht nur geile szenen gab geile kämpfe aber das ist halt nun mal so jetzt habe ich das gespeichert nein sehr schön es hat sogar einigermaßen geklappt aber ich weiß jetzt gar nicht ich glaube dass ich falsch bin dann muss ich halt noch mal zurück wieder da ist der fahrstuhl also gehe ich dahin das gute sie kann jetzt schön schön springen also das ist ja kein problem speichert jetzt noch mal schön in der luft speichern gehen auf jeden fall türen auf mal gucken wo es hingeht ich nehme mal vorsichtshalber mal diese waffe naja da muss die andere tür noch mal aufgehen vielleicht bin ich auch so blöd und lauf einfach ich glaube jetzt nur so blöd volle leben ok da ist nichts da muss ich was so blöd so blöd so blöd ich habe das gefühl dass ich hier nicht gerade richtig bin was das entgeht irgendwie habe ich das gefühl ich bin falsch ganz ehrlich ich weiß nicht mehr wo der ausgang ist ich bin nicht nur mal hier hier bin ich ja her gekommen aber ich frage mich echt wie ich nach oben komme wo ich habe keine back dann der geht automatisch nach oben vielleicht muss ich noch irgendwas aktivieren oder so ja hier war ich vielleicht muss dann wahrscheinlich hier ja ich speichere jetzt noch mal zwei türen ne eine geht nicht äh bin ich jetzt hier nur ich bin jetzt hier nur oben das ist jetzt kein oh nein 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 ach tschüss tschüss Dauda hat es gerade ein bisschen geruckelt so mal gucken die sind jetzt weg das ist jetzt offen ne aber vielleicht ist es jetzt dass ich hier runter kann und dann komme ich vielleicht in die tür ich muss nur gucken welche tür das ist ich sage einfach mal die dritte und kommt Geschwindigkeit ab so jetzt versuche ich es einfach nochmal weil jetzt habe ich ja dieses offen gemacht jetzt müsste ich eigentlich da hochkommen wenn ich mich so da richtig richtig für entschieden habe ne ne nehme jetzt einfach mal die dritte sofort noch mal die speichern so jetzt kann ich in ruhe wieder nach unten das müsste hier sein und dann mache ich es noch mal komisch dass er jetzt auf einmal gestorben ist wegen der geschwindigkeit keine ahnung ich krieg keiner das weiß er doch so jetzt läuft der fahrstuhl langsam springen so erste zweite ich will jetzt auch mal vornehmen und nehmen den fahrstuhl wenn man den rufen könnte ich hoffe die tür geht nicht zu das wäre jetzt blöd dann wäre ich zu lahmarschig gespeichert habe ich ja ich also ich habe alle tot und ich glaube das ist der richtige weg aber wenn der fahrstuhl runter fährt dann ist es der richtige weg das ist nicht der richtige wird also der zweite ich habe hunger und wieder hoch und dann wieder runter und dann muss ich wieder warten bis die tür zu ist ich bin mal gespannt wie die sendung wird ich habe noch keine themen nichts kein plan geburtstag ist es ja dann gewesen gewesen ich sage jetzt extra gewesen weil es ja schon war und unsere geburtsersendung ist auch bald ich weiß nicht wann die folge hochgeladen wird das ist das problem irgendwann ist auch unsere geburtsersendung vielleicht war die auch schon keine ahnung und sei das endlich mal der richtige weg ich habe jetzt langsam keinen bock mehr hier unten rum zu latschen ja das ist der richtige weg endlich jetzt speicher ich noch mal und dann bin ich auf dem richtigen standpunkt ja ich muss das noch zu machen